Die Affen rasen durch den Wald, der eine macht den anderen kalt, die ganze Affenbande brüllt. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Die Affen-Mama sitzt am Fluss und angelt nach der Kokosnuss, die ganze Affenbande brüllt. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Der Affenmilchmann, dieser Knick, der wartet auf die Kokosmilch. Die ganze Affenwandelbrücke. Wo ist die Kokosnuss? Wo die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Wo die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Der Affenmachnkügelchen raus. Reißt alle Urweinbäume raus. Die ganze Affenwandelbrücke. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Die Affenwandelbrücke. Wo ist die Kokosnuss? Die Affenwandelbrücke. Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Das Affenbaby voll Genuss hält in der Hand die Kokosnuss. Die ganze Affenbande breit. Da ist die Kokosnuss. Da ist die Kokosnuss. Es hat die Kokosnuss geklaut. Da ist die Kokosnuss. Da ist die Kokosnuss. Es hat die Kokosnuss geklaut. Da gibt es die Kokosnuss. Es hat die Kokosnuss geklaut.